Er ist vor Hallo, hallo, das ist der Gusua wieder und ich habe den Jakob mit dabei Ja, also ihr seht, es ist nicht einfach nur fake, dass ich gesagt habe Ah ja, hier kommt, ihr könnt euch mal bei mir melden und dann mal eine Mission mit mir zusammenspielen Nein, es geht wirklich, Jakob ist mein bester Zeuge Ja Und jetzt legen wir mal los Er hat mich zu einer Mission eingeladen Und, achso, wir sollen den Staatsanwalt killen, richtig? Ah, ich sehe dich gerade schon rennen Ja, du kannst mal hierher kommen, weil hier steht auch mein Auto Ich bin natürlich ein bisschen faul, ich will natürlich gleich ein eigenes Auto haben hier Ich bin ja hier, ähm, ja, ich bin ja selbstständig Kleinen Moment, ich muss es nur kurz kurz schließen So Achso, du bist schon, oh wow, du bist schnell, okay Ich kenne ihn direkt mal So, dann würde ich sagen, einfach da mal hin, war Und dann, äh, mieten wir den Typen mal um Ja Ich warte mal ein bisschen auf dich Weil nicht, dass ich dann schon da bin und den schon umgelegt habe Dann bist du erst da Ho, 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 das hört sich nach einem ziemlich Pro-Gamer an hier Ey, das Auto ist halt ziemlich schnell, deswegen Ja, ich habe natürlich erst mal schön mein Auto gegen ein anderes, äh, so Und so, Kaltverformung und so Ah ja, ich sehe gerade, du bist, äh, so gut wie da, wa Ja Also ich habe es heute auch erst wieder wirklich gesehen Mit der Steuerung, das ist einfach so pornös Im Gegensatz zu der Steuerung auf der Playstation 3 zum Beispiel Das ist echt genial So, wir sollen ihn nur um die Ecke bringen, oder was? Das ist ja fast ein bisschen einfach, oder? Ja, ich glaube, dann kommt noch die ganze Zeit Bullen und so Ja, ich habe den Schirm Jetzt müssen wir hier die Weise einsammeln Okay, das machst du und ich gucke, ob einer schießt Aber die anderen Missionen sind eigentlich auch alle ziemlich einfach da Ach, das ist das, was das war's schon mit dem Büro Oh, deine Kiste sieht jetzt ziemlich geil aus Tja Ja, jetzt muss ich halt schon Bullen, aber ich finde, das ist noch mit die spannendste Missionen Weil die anderen, äh, muss man irgendwie einfach nur mal ein Auto hinterher fahren, oder so was Ja Ne, also wie gesagt, einen einfach mal so abknallen und umniken, das ist schon ziemlich cool Oha, mein, äh Ne, weil es einfach mal meine, meine Softbox umgekippt Klemm, ne? Ich hab's gemacht, Scheiße Ist mir doch echt die Softbox umgekippt Ist mir doch echt die Softbox umgekippt Ist nicht so gut Ne, nicht so wirklich auf einmal Ja ja ich hoffe ja ihr wart natürlich voll dabei also wie gesagt das seht ihr dann später im video ja da ist mir die softbox hast du es geschafft ja ich fahr gerade noch vor dem weg ja okay müsste es eigentlich gleich geschafft aber ich sehe gerade ich habe trotzdem zwei sterne was soll in der scheiß erst bei den missionen so da kann man so oft sterben wie man will immer wieder die sterne sehr gut ihr seht wie gesagt also ich bin jetzt nicht der pro gamer im bereich gta aber umso besser halt bin ich der meinung weil wie gesagt einer der alles kann naja das ist auch irgendwo langweilig man will ja einfach auch ein bisschen was dazu lernen und so könnt ihr mir auch einfach hilfreiche tipps geben und dann ist das alles eine ziemlich coole nummer oh die ballern wieder auf mich also ich habe es jetzt auch geschafft sehr gut ja genau das hoffe ich jetzt dass ich diesen krieg ohne jetzt noch mal gekillt werden weil das wäre sonst ein bisschen scheiße so zack fahren wir da mal hin krass aber ich sehe dass du ganz woanders bist da ist der zielpunkt also so wird es mir zumindest angezeigt in der merke ich fahr gerade dahin ach so du bist auch okay du bist auch gerade erst da ja okay also ich bin fast da also ich habe auch nur 1,2 kilometer also so wirklich weit kann ich dann auch nicht weg sein und da habe ich ein scheiß auf schön auf die karte geschaut und dann natürlich schön ein kassierter mal so berg hoch ja genau ich fahr auch gerade berg hoch aber du fährst garantiert anderen berg hoch ja also ich bin gerade nicht auf der straße gefahren ja okay du bist ja du bist deutlich dichter dran klar aber ich bin schon mal auf dem richtigen weg und vor mir ist eine viper schön so jetzt muss ich hier einen kleinen shortcut machen da ist ein baum und ich fahr natürlich dagegen ist ja klar so du bist jetzt da da komme ich da jetzt nämlich gerade runter geschossen sind hier hier ein paar leuchtsignale und jetzt hier links so das ding so und jetzt hier einfach ein oder ja hoffe ich ich steig mal aus so jetzt schnell weg 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 ich bin so tot so haben wir jetzt wieder polizei ich denke mal ich habe die mit geschleppt oder ach so wie wir dürfen keine haben oder ja jetzt einfach mal kurz erwarten ja ich hoffe dass das im radius ist also dass wir da nicht gerade gefangen werden oder gefunden werden es blinkt noch ja jetzt nicht aber die sind alle direkt weg ich habe noch okay ich nicht scheiße schön 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 vielen dank ich werde die wegen dir noch gekillt aber ich habe noch null ich habe keine ich werde jetzt verfolgt von denen ich habe jetzt mal abgeschossen jetzt versuche ich mir mal hier ein auto zu holen ja und ich bleibe hier einfach mal stehen aber ich sehe eben diese markierung ist halt noch nicht da das heißt also ich gehe mal davon aus weil du die beweise ich habe jetzt auch schon drei sterne kannst du mir die beweise geben das glaube ich nicht dann sie mal zu dass du die steine und sterne los willst ja um ist jetzt weil ich ja noch ein berg runter ist natürlich schade dass ich dein auto nicht fahren kann aber das wurde mir ja schon früher mal gesagt ich ich kann es dir ach es egal alles gut so jetzt müsstest du ein könnt ihr geht das so schnell okay ja 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 ich kann ja der gusur ist das mal schön jetzt werde ich die ball sehr gut sehr gut sehr gut aber ich kann das auch noch nicht so weit tun da ich erst der wird ein zwanzigern so jetzt denke ich mal wirst du gleich vorbeikommen ja ich glaube gratten weg hoch ich habe es beim diese jacks gesehen er hat dann irgendwie schon heck spoiler drauf oder sowas aber deine farbe gefällt mir einfach mal besser ja schon ziemlich cool ich konnte halt auch noch nicht so viel nehmen da habe ich halt noch das beste traur gemacht also ich werde auf jeden fall jetzt die bullen natürlich nicht irgendwie noch mal auf meine fährte locken also ich bin jetzt gleich da ich sehe es schon auf der karte oh ein bulle mit fleischmütze nein nein lass mich nein nein das gibt's nicht ich hab ihn ich hab ihm nichts getan wirklich nicht wirklich nicht nein und keine leben mehr aber warte ich bin jetzt ja also so ich müsste es ja ein bisschen bestand geschafft ey das ist ja richtig fail ey ich hab wirklich nichts ich hab ihn nicht geschlagen ich hab gar nichts gemacht und dann gehe ich tot das ist ja vielleicht schade ich würde sagen wir spielen noch eine ja können wir machen du suchst wieder aus ja es redet er wieder so ewig ich finde es doof dass man das nicht überspringen kann ich sehe das gar nicht ich bin momentan im ich sehe nur ein bild mehr nicht kaufe munition hier redet der gerade das werden wir machen ja wir möchten munition kaufen ja ich denke mal weil du jetzt gerade noch am machen jetzt kann bei mir mission bestanden erst 10.000 genau ja genau drang erhöht ja du hast einen kill und ich hab zwei tode soja irgendwas egal problem am pier ja dann holen wir da mal rein schau mal wird geladen so das scheint jetzt ganz schnell zu gehen soja knarre ist in ordnung kein musik aus radio aus wir wollen keine spiele einladen sorry so ich mach jetzt einfach genau mach start und los geht's und spielen so bin ich gespannt hast du den vorbesteller bonus bekommen oder hast du dieses spiel nicht vorgestellt ich hatte es mir eigentlich nicht vorgestellt dann habe ich mir aber ich glaube eine woche später in einer anderen laden gekauft ich weiß jetzt nicht ob ich den sagen soll und da war er halt noch dabei okay dann habe ich halt direkt auf 700.000 spart für den centorno und mir noch für 200.000 das luxus ab hatten gekauft habe ich mag hier das noch mal schnell das ist ja gleich da ich zeig den zuschauern noch mal kurz deine geile karre noch sieht sie ja ziemlich geil aus ja was mich ankotzt wenn man irgendwie nicht auf der straße ist dann ist sie so schlecht zu fahren ja genau stil das mess okay kriegen wir hin die junge schade man muss aber auch dazu sagen dass man ja am anstrengen kann man muss aber auch dazu sagen dass man ja am anfang wirklich noch relativ schlechte parallel zurück dass man ja am anfang wirklich schlechte panzerung hat und sowas das ist ja wirklich ja zum zum besser werden sozusagen dann immer immer krasser wird da ist was explodiert und ich glaube da jetzt ist das net net kaputt dann machen wir das noch mal guck mal ich glaube da war so so ein ölfassend oder sowas ich weiß es aber auch nicht ein schätzt bild hoch du musst mal bild hoch drücken sonst bild hoch ja ja jetzt ist glaube ich neue start sonst ich habe außerdem auf fortfahren gedrückt deswegen schon so ein reflex dass man sie sozusagen am meisten schon geschafft hat meinst du ja was natürlich jetzt ziemlich geil wäre wäre wenn wir da mit so einer gepanzerten kiste reinfahren könnten und fertig ja den hätte ich mir eigentlich auch kaufen könnten also ich bin auch nämlich mittlerweile der meinung dass alle sich gepanzerte kisten kaufen und ne andersrum dass ich alle so eine schnellen kisten kaufen aber keiner holt sich so eine gepanzerte kiste ich wäre nämlich der einzige der dann nämlich ganz stylo pilo da sitzt und dann seine gepanzerte kiste fährt oh krass wir können nicht durch sein der er jetzt neu dazu gekommen ist dieser ich weiß nicht jetzt wie er heißt aber der ist ja auch eigentlich ziemlich schnell und auch gepanzert aber das ist halt auch ein sportwagen also ich würde sagen du machst rechts ich mache links 321 go ja das ist schon eine ziemlich gute aufteilung finde ich dann weiß man gut okay ja das passt ja weil also die die verteilung selber ist halt mega gut dass man sagen kann okay hier kommen der killt den der killt den das ist schon echt geil also ich glaube links scheint jetzt nicht oder du bist schon so weit okay dann muss ich erstmal los ja ich bin jetzt einfach mal vor aber das sieht schon mal viel besser aus als beim letzten mal mhm ja wieso kann ich jetzt hinter die entdeckung gehen naja ah da ist noch einer so ja links müsste noch einer sein oder ist das ich sehe keinen mehr auf der karte sehr gut läuft so jetzt holen wir uns das mess wo ist denn das ah ja ich hab hier noch geld oh die kiste vom a team ne ja ich glaube da gibt es auch eine mission wo man die klauen muss äh stopp 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 das sind drei kilometer die fahren wir lieber zusammen in deinem auto das ist ja sonst mit zu fahren ne ne lass ruhig ich knall ruhig alle ab wenn ne fahr du ruhig wenn das ist pures vertrauen in den gusor du wirst es noch bereuen glaub ich ich glaub's nicht äh wir können abkürzen mal ein bisschen die originale route ist ein bisschen ein fail glaub ich kann ich hier lang ja stimmt ja oh ja das war schon mal einfach mal ein kilometer abgekürzt aber die kiste ist auch ziemlich schnell also das ist schon ziemlich geil so die fährt sich echt ziemlich stylo ja aber manchmal kommt sie halt sehr leicht aus der kontrolle man braucht halt nur gegen so einen kleinen schild fahren oder sowas und dann verliert man die kontrolle weil sonst ist die eigentlich richtig gut na aber ich muss auch dazu sagen ich meine es sind immerhin irgendwie 700 oder 750k äh das ist jetzt nicht so wenig und dafür muss man natürlich dann auch ein bisschen was erwarten ich meine wenn ich überlege dass ich über meinen gesamten vorbestellerbonus da investieren müsste dann für dieses auto dann würde ich echt sagen nein also wie gesagt ich bin einfach so einer ich brauche jetzt noch nicht irgendwie so ein appartement und was auch immer ich will das erstmal wirklich komplett kennenlernen hier und will ich sehen ach ja okay da und dafür könnte man kohle ausgeben nice zack das hat ziemlich gut geklappt liefere meth aus ja da rennen wir jetzt mal rein sehr cool und ich denke jetzt kriegen wir hier richtig schön was ja so ein ok überleg mal was du ihm da gerade gegeben hast Alter davon kann er seine Familie sieben Jahre ernähren also nicht davon sondern von dem Geld ja von dem Geld ah schade ich hätte nicht mehr gerechnet muss ich ganz ehrlich sagen ja ich auch da war die Missionär gerade eben besser aber das soll es dann schon gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen wie gesagt es war die erste Folge überhaupt mit einem Abonnenten und ja wie gesagt wenn es euch gefallen hat lasst ein oder zwei oder fünf Daumen da und dann würde ich sagen Jakob hast du das Schlusswort ja haut rein bis dann tschau tschau tschau